Ja meine Lieben, mal wieder der Andi vom Elsa Leica Kanal. Wir wollten euch mal wieder zeigen, irgendwie ausgelassen. Unsere Hunde hier spielen, ihre Raufspiele, die täglichen. Ja und jetzt kommen die Vorfrühlingsgefühle natürlich noch dazu. Hört sich immer wahnsinnig dramatisch an, ist aber nichts anderes als Spiel. Manchmal wird die Spielzone auch ausgeweitet, aber wir haben ja hundegerecht überall Sofas aufgestellt, damit das auch möglichst komfortabel für die Hunde stattfindet. Ja also wie gesagt, wieder mal so einfach ein Einblick vom ganz normalen Wahnsinn bei den Clemens. Ja ja ja, genau. Ja in diesem Sinne, euer Andi.